Hantai-Wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampir-Familie Fong. Und ja, unserer kleinen Anker zum Beispiel hier, die wir hier haben. Mein Ziel in diesem Let's Play zurückgelassen ist, dass sie alle ihre Bestreben erreichen, also vor allen Dingen diese Vampir-Bestreben hier erreichen. Und Sasuke ist momentan sehr verspielt. Sie hat von ihm ja schon was getrunken. Wo ist denn Kevin? Der ist irgendwie wütend. Kevin? Warum bist du wütend? Nein, mir geht es nicht gut wegen Stimmungsumschwung. Du bist unglaublich aufgebracht. Manchmal ist es echt hart, eine Teenager zu sein. Die Emotionen lassen sich nur schwer im Zaum halten. Okay, Kevin. Kevin? Hatte ich gesagt, dass er seinen Onkel anzapfen soll? Was machst du? Bring ihn nicht um. Unkontrolliert trinken. Kevin? Kevin? Oh Gott. Kevin! Was tust du? Irgendwie sieht das nicht gut aus. Vor kurzem gebissen. Er ist aber noch nicht mal... Was haben wir denn? 16 Uhr. Kevin, tu mir mal den Gefahren. Geh mal schlafen. Ja, ich weiß. Oh Gott. Wir schlafen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, Mensch. Eieiei. Fabio. Oh Gott, der Arme. Soll ich dich hier gerade mal so kurz liegen lassen? Luisa guckt mal einfach so. Oh, das ist mein Onkel, okay? Dann geh mal bitte in dein Zimmer. Kannst du das? Kann ich dich aufwecken? Nee, geht gar nicht. Luisa. Ach, die geht mal. Wessen Telefon war das gerade? Ich weiß es nicht. Saskia. Oh, John Quinn. Oh. Ich habe gehört, dass du dich mit Bargoyang angefreundet hast. Ja, das habe ich eher. Konkettenwitz. Warum? Du hattest doch eigentlich auch was getrunken. Ich verstehe das nicht. Das war nicht so viel anscheinend. So, meine Liebe. Wir müssen eigentlich aber auch mal ein bisschen Geld wieder verdienen. das heißt, dass du hier mal ein bisschen das fortsetzen solltest, weil wir haben nicht mehr so viel Geld. Das... Ah, er geht auch. Okay. Es hat auch ein bisschen gekostet, eben hier umzubauen und so. Und deswegen... So, unser Enrico ist ja noch auf der Arbeit. Um 20 Uhr kommt er nach Hause. Okay. So, du gehst ins Bett, genau. Musst du heute arbeiten gehen? 19 Uhr? Ja. Oh mein Gott. Der arme Kerl. Der ist völlig erledigt. Ach nee, wobei es ging... Wow. Das ging jetzt ganz gut. Aber ich weiß echt nicht, was mit in Kevin gefahren ist. Also das war ja wirklich krass hier. Voll wütend. Oh, du bist fertig. Ansammler verkaufen. 353. Wunderbar. Dann machst du noch ein surrealistisches... So. Ah ja. Okay. Dann mal mal ein bisschen weiter. Luisa. Was haben wir denn eigentlich? Freitag. Oh. Äh. Achso, sie darf das ja. Ah. Vorsichtig arbeiten. Ja, wunderbar. Das macht sie auch ganz automatisch. Ist ja wunderbar. Ja, dann mach mal hier das weiter. Ich weiß gar nicht, was ist es für eins? Chemische Reaktion Vulkan. Okay. Super. Du machst da weiter. Ja. Du bist hier oben. Kevin ist im Bett. Enrico. Ähm. Fabio so rum. Ist im Bett. Enrico noch auf der Arbeit. Und Anka wird auch... Ja, noch ist im Bett. Aber sie wird bald aufwachen, denke ich mal. Das finde ich echt süß, oder? Diese Leuchte hier mit den Sternen und so. Ich finde übrigens auch ganz toll, dass wir jetzt solch einen kleinen Schreibtisch auch für die Kids haben. Weil manchmal ist das Zimmer vielleicht nicht so groß. Wer läuft denn hier draußen noch rum? Wartet mal. Ich mach mal kurz auf Stop. Carina Breuer. Okay. Und Laura Weber. Was haben wir denn? 18 Uhr. Ist da immer noch Gefahr, dass ich irgendwie gedingst werde? Lass mich mal kurz gucken, weil sie will ja noch mal jemanden... Ah, lass mal trinken. Okay. Freundlich verwandeln. Äh, Quatsch. Freundlich. Ja, freundlich vorstellen. Wir befreunden uns mal mit ihr. Ja, und ich muss ja auch noch um Erlaubnis bitten, dass ich trinken darf. Wo ist sie? Steht sie noch da oben? Warum fliegst du nicht hierher? Manchmal verstehe ich das nicht. Du hast doch die Fähigkeit, als Fledermaus hierher zu kommen. Ja. Oder vampirisch zu laufen, sogar. Melodie. Melodie. So, dann freuen wir uns mal mit ihr. Zehn Nächte, als Vampir überlebt. Äh, Erziehungstipp? Nee. Carina verboten Wörter um die Ohrenbrülle. Nein. Kompliment über Outfit. Wir wollen uns ja einschleimen. Nach Tag fragen. Mit Familie angeben. Kennenlernen. Ah, unglaubliche Geschichte erzählen, über Lieblingsband reden. So, was war das jetzt gerade? Wer war da gemeint? Enrico. Enrico. Zehn Tage und Nächte. Oder Nächte, als Vampir. Die Hälfte haben wir hier mit ihm. Aber er braucht demnächst auch was mit, also auch was zu trinken. Ja, blödige Nahrung. So, Luisa. Was machst du? Oh, ich tanze. Wann wirst du nochmal älter? Du hast nicht mehr so lange. Oh. Das Wochenende. Guck mal, mach mal das Verantwortung, damit wir zumindest vorsichtig arbeiten. Damit wir zumindest vielleicht die Verantwortung bekommen. So ein bisschen manieren ist ja auch hoch. Empathy ist ein bisschen runter. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ach so. Und eigentlich mit Anka. Wie weit bist du? Okay. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Auch da sollten wir ja so einiges, wie war das? Über drei bekommen, ne? So, Blase. Ich glaube, alleine kannst du noch nicht ganz gehen. Die Mama ist gerade außer Haus, deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber, ich mach dir das mal hier runter. Dann kannst du zumindest hier mit Lama malen. Oder? Das können wir doch zumindest dann machen. Irgendwas macht dir gerade Spaß. Steh mal auf, Kleines. Die Mama kommt bestimmt bald wieder. Ich muss mal nach Mama gucken. Ah, nein. Ist die jetzt abgehauen? Ach, Mann. Wieso das denn? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ist die wirklich schon weg? Ah, warum befreunde ich mich mit den Leuten? Und dann hauen sie ab. Wer ist das? Nancy Landgrab. Okay. Hey. Die hat irgendwie Ohrstöpsel dran, glaube ich. Oder Katrina Caliente. Okay, da können wir auch nochmal gerade. Wobei ich dann trotzdem gerne... Äh, lasst mich mal kurz überlegen. Baku. Oh, wir haben ein bisschen geflirtet mit ihm anscheinend. Wie hieß die denn jetzt gerade? Das habe ich mit dem Namen nicht gemerkt, natürlich. Äh, nee, nicht Toilette benutzen. Muskelnzeigung. Vampirwitz. Tag verschönern. So, warte mal. So, warte mal. Veronika. Ach, Lilly Feng. Ja, komm halt vorbei. Es wird mir nichts bringen. Du musst aber auf die Arbeit. Oh nein. Nee, geh mal lieber alleine auf die Arbeit oder so. Arbeitsgespräch. Oh, was habe ich denn jetzt weggeklickt? Keine Ahnung. So. Alexa. Nein. Wer war denn das? Was sagt ein Vampir, wenn seine Frau ihn zum ersten Mal küsst? Autsch. Okay. So, Moment. Stopp. War das die hier? Nein, die war es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Achso, ich bin auf der falschen hier. Annika. Nein, nein, nein. Candy. Entschuldigt. Okay, dann gucke ich mal, dass Katrina hier bleibt. Und dass ich sie nehme. Dramatische Geschichte. Da ist sie doch. Moment. Wie heißt du? Carina Breuer. Auch eine Carina. Jetzt komm doch mal hier. Die war auf der Toilette. Deswegen haben wir sie nicht gesehen. Herbeirufen. Jetzt trennt sie weiter. Mit ihr war ich halt jetzt doch schon ein bisschen weiter, ne? Ach, wo bist du denn? Was machst du denn? Du solltest zur Arbeit gehen, mein Lieber. Schon viel zu spät. Zwei Stunden zu spät. Gott, der arme Kerl hier. 19 Stunden. Oh Gott. Luisa. Super. Du machst dir weiter. Und danach gehst du ins Bett, glaube ich. Ah, die Verantwortung steigt. Seltsamerweise ist das wirklich das, was ich sehr gut kann. Alles andere geht nicht. Warum hast du das Bett noch nicht beansprucht? So, du musst mal langsam irgendwas zu essen und Blase und so. Die Mama, die... Ah, der Papa ist doch da. Die Papa... Ähm, nein. Die ist schon wieder alleine hier. Und... Ja, wo sind die beiden jetzt? Einmal hier. Guck mal hier, kennenlernen. Ich weiß wieder nicht, wo die andere ist. Kann ich dich nicht nach Hause einladen oder so? Kennenlernen. Familienbewusst. Was war das jetzt? Mentalfähigkeit. Ach nee, wahrscheinlich die Verantwortung. Genau. Super. Okay, dann tiefgründige Unterhaltung können wir noch machen. Überreden. Farbtheorie. Okay, ich versuch's einfach mal, wenn sie schon da rumsteht. Ähm. Um Erlaubnis bitten. Warum ist das jetzt alles zwischendrin weg? Tiefe Bindung. Die ist traurig. Okay, wartet mal. Sie ist natürlich traurig, weil sie hier so ziemlich verlassen ist. Der Papa kann aber doch was machen. Guck mal. Anka aufs Töpfchen bringen. Beibringen. Und dann Anka essen geben. Huch. Ach so. Ist mittlerweile mehr geworden? Nee. Ein Schinkenkäsesandwich. Sie duftet auch schon aus den Windeln. Ja, okay. Sie hat es. Ja, egal. Was kann ich das noch? Äh. Irgendwas machen mit Windeln wechseln oder so? Hm. Weiß ich nicht. Auf keinen Fall. Bleib mir mit deinen Fangzähnen vom Hals. Ach Mist. Aber sie hat Durst. Bitten abzuhängen. Ich bitte sie mal abzuhängen. Und trinke mal was. Okay, ich kann einen Moment bleiben. So, ich hoffe mal, sie kommt mir mit, mit, mit hier mit rein. Ach, die Lilly ist ja auch da. Töpfchenfähigkeit erworben. Juhu. Der Papa hilft dir, aufs Töpfchen zu gehen. Huch. Ja, Töchterchen geht auf die Toilette, Lilly. Boah, da ist eine stinkende Windel. Vielleicht, keine Ahnung, Anka im Schaumbad baden. Aber erst mal was zu essen geben. Oh ne, das ist, komischerweise geht das dazwischen jetzt. Mal wieder der Papa hilft. Luisa, wie weit bist du? Immer noch nicht so weit. Guck mal, deine Verantwortung ist schon sehr hoch. Dann geh doch bitte mal ins Bett. Das ist okay. So, Saskia. Saskia. Uh, was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ach so, die Geige. Hier, Tag verschönern, über Tanztechniken reden, fesselnde Geschichte. Wir gehen noch mal ein bisschen näher auf sie ein. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen bleibt. Kevin, wie weit ist es mit dir mittlerweile? Oh Gott. Ähm, okay. Ich glaube, der will auch gar nicht mehr so unkontrolliert sein, ne? Unser lieber Kevin. Warte mal. Ich glaube, die Mama kann dir mal gerade noch eines der Plasma-Dinge hier abgeben. Uppala. Huch. Ich sacke hier nach unten, warum auch immer. Ähm, einmal trinken. Nein. Wo gehst du denn jetzt hin? Und ich glaube, die Hausaufgaben musst du noch machen. Oh. Was mache ich denn heute? Anka, hast du jetzt was zu essen bekommen? Oder was ist los? Wo ist denn der Papa? Ach, der... Essen geben. Okay, der ist irgendwo... Ah, der macht hier was warm. Hatten wir es hier jetzt gebadet? Nö, nicht wirklich. Oh, büb, büb, büb. Papa kommt gleich. Was sieht jetzt nach einem Sandwich aus? Ich weiß es nicht. Was ist, warum bist du jetzt traurig? Ich bin ausgewungert. Der Papa kommt doch schon. Äh. Und soll es die eigentlich geben? Nein. Jetzt... Ähm. Was machst du denn jetzt? Absetzen. Okay, wartet. Warum auch immer er das nicht irgendwie gibt. So, bitteschön. Du kannst hier dieses Hähnchen-Nuggets essen. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen verwirrt, weil er Hunger hat. Anka ist sehr hungrig. Ja. Anka, hast du es jetzt eingepackt? Manchmal machen die das ja. Okay. Was macht er denn jetzt? Bei Hausaufgaben helfen. Okay. Na, das tut vielleicht Kevin mal gut, wenn der Papa immer so ein bisschen sich auch um ihn kümmert. Er wird ja voll der Papa, oder? Ist ja Wahnsinn. Saskia, du malst mal gerade weiter. Ach, wobei... Ach Mann, wir sind doch immer noch bei ihr dabei. Oh, unser Ding ist kaputt gegangen. Der Fernseher. Okay, ich frage sie doch nochmal. Äh. Blasma. Um Erlaubnis fragen. So, komm nochmal runter. Jetzt ist ja die Freundschaft ein bisschen höher geworden. Äh. Hat sie gesagt, sie muss jetzt los? Nee, was war das gerade? Nee, das war Lilly. Geh doch mal hier runter. Komm. Und dann... Um Erlaubnis fragen. So, ich spule mal gerade ein bisschen vor. Ich bleibe jetzt auch gerade mal hier. Es wäre auch cool, wenn wir echt mal ein bisschen trainieren könnten. Oh, sie darf. Ich biete dir gerne mein Handgelenk an. Das war der zweite. Yay. Macht Durststille erwerben. Sehr schön. Vier. So. Gucken wir mal. Durststille. Ich weiß nicht, wo der ist. Ähm. Gucken wir mal. Sonnenresistenz. Vielleicht sind es auch die da oben. Ich weiß. Da ist er. Widerspricht mit unstillbarer Durst. Hm. Okay. Das wäre wahrscheinlich das hier. Okay. Das dürfen wir hier auf jeden Fall nicht geben. Jetzt bin ich mal gerade ein bisschen am überlegen. Muss ich was nehmen, damit ich das noch höher komme? Würde wahrscheinlich Sinn machen. Was können wir denn... Was können wir denn nehmen? Unwiderstehlicher Schlaf. Es setzt einen anderen Sinn in den Schlaf. Brauche ich? Möchte ich das haben? Dann muss ich drei Kind des Mondes. Dann muss ich drei Kindes Mondes. Nachtaktive Kreaturen werden am Abend munter. Als Kind des Mondes kann Saskia ihre Kräfte besser einsetzen, schneller Fähigkeiten erlernen, wird nicht zu schnell müde und ist glücklicher. Erpreise den Mond und genieße die Vorteile. Okay, das nehme ich direkt. Gut. Das andere scheint noch ein bisschen zu brauchen. Aber immer als Fledermaus bewegen, aktivieren. Vampirisches Laufen, das aktivieren wir mal bei ihr. Dunkle Meditation, damit deine Energie noch ein bisschen hoch geht. Und ansonsten, guck mal, kannst du dich vielleicht gerade noch mal ein bisschen um hier alles ernten. Dann würde ich sagen, bewässern und jäten und weiterentwickeln. Ja, dann kümmerst du dich bitte mal ein bisschen um den Garten. Das ist mal ganz, ganz toll. So, Fabio. Ach, da ist sie schnell gelaufen. Fabio ist wieder da. Er muss immer noch schelmisch sein. So, geh mal weg. Der Onkel muss jetzt echt mal schelmische Sachen machen. Über Gefühle blocken, Kontakte knüpfen, in Foren provozieren. Kevin, steh mal auf. Geh mal hier raus. Du hast außerdem Hunger. So, wir gucken mal, ob wir jemanden finden. Warte. Wer auch immer das ist. Äh. Kennen wir nicht. Komm mal hierher. Warum kann ich die nicht weiter anklicken? Blöd. Okay, da hinten kam noch Candy, aber die ist ja auch schon Vampir. Kennen wir die eigentlich? Also kennt er sie? Ich muss los. Ich muss los. Verspotten. So. Ja, da kann ich gar nichts machen, irgendwie. Wir suchen eigentlich einen Menschen, den wir anzapfen können. Da hinten. Warum laufen die momentan hier immer mit Turboden rum? Ich verstehe es echt nicht. Vampir kann nicht von einem anderen trinken. Okay. Die geht jetzt, ne? Blöd. Können wir vielleicht jemanden einladen? Aber mitten in der Nacht ist es ja auch immer nicht so möglich. Na gut. So, Enrico. Ah. Stimmt eigentlich, dass du... Ja, du musst sowieso spielen. Unsere Kleine. Hat sie jetzt alles erstmal? Ja, sie spielt jetzt genau Level 2 der Fähigkeiten. Macht sie ganz alleine. Und die ist ein bisschen verspielt. Na gut. Dann soll sie da gerade mal kurz weitermachen. Luisa, die muss unbedingt hier schlafen. Warum geht es dir nicht so gut? Auch wegen dem Durst. Ja, seltsamerweise hast du immer das Pech irgendwie. Auch wenn ich gerade bei ihm sage, ey, du darfst. Ah. Guck mal. Vampir. Bedürfnis aussaugen. Du hast Bedürfnis lehren. Das müsste ja auch ein Vampir sein, denke ich mal. Ja. Aber das andere können wir trotzdem mal versuchen. Und kann ich zusätzlich noch Messmerz spielen? Es ging weg, ne? Es ging von dir ab. Messmerz sie auch nicht. Es geht nicht. Du bist nicht stark genug anscheinend. Wer ist denn das? Warte. Er hat auch wieder einen Turban auf. Ich verstehe das nicht. Ähm. Halluzinationen verursachen. Probier es mal bei ihm. Wir kennen die ja alle irgendwie nicht. Ah, es geht. Gut. Seine Vampir-Energie geht aber deutlichst runter hier. Muss man auch sagen. Da ist Kevin. Der bleibt doch einfach irgendwie stehen. Wo gehst du hin? Ach. Das da spielen. Ähm. So. Also das mache ich jetzt gerade noch. Warte mal. Mit sich selbst treten. Nein, das wollte ich nicht. Dunkle Meditation machen. Kevin geht vielleicht auch mal nach Hause zurück. Ähm. Wir werden einfach mal schauen, ob wir... Warte mal, du kannst dir das mal vielleicht reparieren. So. So. Ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn das dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao. Ciao.